Die Embedded World 2014 ging mit einer neuen Rekordmarke erfolgreich zu Ende. Mehr als 26.000 Fachbesucher aus aller Welt und rund 850 Aussteller aus 35 Ländern machten die 12. Embedded World zur größten und erfolgreichsten Veranstaltung ihrer Geschichte. Ein Grund mehr, die Premiere unseres neuen Corporate Designs genau auf diese Leitmesse für Embedded Elektronik zu legen. Wir denken, dass wir in den letzten 25 Jahren eben einiges richtig gemacht haben. Wir haben dem Kunden zugehört, wir haben darauf geachtet, dass unser Portfolio, unser Produktangebot, unser Dienstleistungsspektrum den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Wir haben das Portfolio stetig weiterentwickelt und wir haben vor allem dafür gesorgt, dass wir einen technologischen Mehrwert bieten können. Der neue Unternehmensauftritt wurde nicht nur am Messestand, sondern auch durch die aktuelle Ausgabe unseres Kundenmagazins Context dokumentiert. Ziel unserer Messebeteiligung ist weiterhin der direkte Kundenkontakt, abseits von technischen Detailgesprächen. Wir bieten ganzheitliche Lösungen mit anspruchsvollen Produkten und exzellenten technischen Support. Nur so wird aus Verkauf ein umfassender, transparenter und kundenorientierter Prozess. Dies ist und bleibt die zentrale Aufgabe des gesamten WDI-Teams. Neben dem Produktbereich der frequenzbestimmenden Bauelemente gibt es bei der WDI AG auch noch den Produktbereich PEMCO, nämlich passive und elektromechanische Bauelemente, Steckverbinder und Batterien. Wenn der Kunde aber bei uns anfragt und spezielle Lösungen sucht für zum Beispiel Präzisionswiderstände, Leistungswiderstände, Bremswiderstände oder Batterielösungen, dann ist er bei uns richtig. Ein großer Erfolg war die Premiere unseres Messe-Talks, ein jeweils kurzes und unterhaltsames Gespräch mit bekannten Publizisten, Journalisten und Marktteilnehmern. Schauen Sie einfach mal rein auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf unserer neuen Corporate Website unter www.wdi.ag.